Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Goodwood Festival of Speed hier auf dem BMW M-Stand. Und ihr seht, es ist richtig was los. Kein Wunder, die Leute wollen sich alle den neuen BMW M3 Touring angucken. Und das wollen auch wir machen. Und ich will euch sagen, warum ich mein Auto oder meinen BMW M3 Touring genau so specken würde. Genauso wie er hier steht. Oder fast genauso, aber dazu gleich. Abgesehen davon, dass ich mir den M3 sowieso als Touring kaufen würde, weil einfach Power und Platz eine geniale Kombo ist. Erster Punkt, diese Farbe. Daytona Violett, das passt richtig, richtig gut zu diesem Auto. Das wirkt ein bisschen knallig, aber nicht oben drüber. Finde ich auf jeden Fall absolut genial. Dann Innenraum. Weiß-schwarzes Leder. Ich weiß an all diejenigen unter euch, die unser Video zum M8 gesehen haben, wo ich gesagt habe, ich würde mir niemals weißes Leder bestellen. Stimmt auch nach wie vor. Aber ich finde in dieser Kombination einfach absolut genial. Von daher würde ich da einmal drüber hinwegsehen. Und dann diese Sitze, die Carbon-Schalen-Sitze. Mag in einem Kombi vielleicht ein bisschen deplatziert wirken. Aber ich finde es halt einfach cool, weil die auch für die Langstrecke durchaus taugen. Das Einzige, was ich mir nicht bestellen würde, was dieses Auto jetzt hat, Carbon-Keramik-Bremsen, weil die im Alltag einfach so ein bisschen schwierig zu handeln sind. Aber abgesehen davon, genau so würde ich mir dieses Auto hinstellen. Kleiner Punkt, den ich ein bisschen schade finde, ist, dass es den M3 Touring nur mit Glasdach gibt. Nicht mit Carbon-Dach. Aber das ist eigentlich im Prinzip egal. Weil, naja, Gewichtsersparnis bzw. niedrigerer Schwerpunkt ist bei dem Auto jetzt irgendwie nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Thema Antrieb. Den gibt es ja nur als Competition mit 8-Gang-Automatik und Allradantrieb. Und, naja, finde ich jetzt nicht so super schade, weil BMW wird von dem Auto jetzt wahrscheinlich nicht die allergrößte Stückzahl verkaufen. Cool, dass sie es machen. Aber von daher finde ich, wenn schon einen rausbringen, dann gerade mit voller Hütte. Und Handschaltung passt, finde ich, eher zum BMW M4, um so ein bisschen rumzurühren. Von daher, alles safe, alles easy. Ich würde mir mein M3, abgesehen von der Carbon-Keramik-Bremse, genauso bestellen. Gerade stand ich noch hinter der Kamera, jetzt vor der Kamera, weil ich nämlich ein bisschen andere Meinung habe. Ich finde den anderen M3 Touring auch super. Aber für mich ist das hier der M3 Touring. Denn ich finde, in matt-schwarz sieht das Auto so unfassbar böse aus. Diese ganzen Sicken und Kanten kommen richtig schön raus, weil einfach dieser matte Lack, ja, das alles nochmal richtig schön die Konturen rausholt. Das Licht fällt ganz anders drauf. Für mich wäre der M3 Touring wahrscheinlich tatsächlich matt-schwarz.